so leute da werden wir wieder nimmt die aufnahme startet schon hier diesmal spielen wir bike race so gesagt let's play bike race ja fangen wir an also bike race ist ein tolles spiel das sage ich jetzt schon mal dann legen wir los unser erster versuch los geht's ein schwarzer ein schwarzer ein schwarzer ein schwarzer so so wieder einstimmen ne das ist mir ein bisschen zu links echt gut ja 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 Das war's, das war's, das war's. so jetzt können wir auch multiplayer anfangen aber ich mach mal mit da haben wir auch wieder eine Mission bekommen, nämlich dass wir es jetzt wirklich eine bekommen und hier haben wir 4.5 vor wie es so geht 5, 5, 5, 4, 1 Das war der beste Ich habe das noch nicht Und dann ist es auch nicht Und dann hätten wir es gut Und dann können wir es weiter Und dann könnte ich es wieder Und dann kann ich es noch nicht Und dann kann ich es gerne Oh, ich bin fertig. So, das ist nicht alles mit dem Set. So, das ist nicht alles, dass ich fertig bin. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. So, das ist ja, ich bin. S-Level. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Oh! Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Oh nein. Und, 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 aber... Oh. Okay, das mache ich später. Uh! Und, und, und jetzt. Ja, 40%. Jetzt kriege ich auch für 40% Sachen billiger. Aber, das mache ich trotzdem nicht. Wo ich überhaupt gar kein Geld geben will. Okay, das ist nicht die nächste Stunde. So, so... ...und er ist nicht... Das muss man auch nicht einmal einschauen. So, so... Er ist gar nicht so schnell für mich. Er ist jetzt gut. Er ist gut. Oh... 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 So, mit dem Korrektor. So kommt es am besten hin. Ja, ich glaube, ich kriege ein Schwer. Ja, toll, ich hätte es ja ganz einfach nicht mehr. Boah, das geht mir weiter. Ich über das Gizel eben überspringe ich. Also, sobald ich es geschafft habe, werde ich es weiter machen, oder? Jo. Also, dieses Level muss ich überspringen, weil ich schon ein bisschen lange gebraucht habe. Ich glaube, fünf, vier Versuche. Ja, ich habe es geschafft und nur einen Stern bekommen, aber die Sachen, die ich nur einen Stern bekommen habe, werde ich vielleicht am Ende noch machen. Also, in anderen Parten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das ist gut, ne? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Boah. Nein. Aber was war's, Leute? Ich mache am nächsten Video weiter. Ich hoffe, dieses Video hat euch schon gefallen. Falls nicht, tut mir echt leid. Okay, vergisst kein Abo und kein Like. Ciao.